Unser neuer, komprimierbarer Intralogistikbehälter. Wie nachhaltig ist der Contacline Compact? Der Contacline Compact ist eine Weiterentwicklung auch der Firmenphilosophie, um Produkte nachhaltiger zu bestellen. Wenn das für euch auch relevant ist, bietet er dort einige Vorteile. Also durch das reduzierte Transportvolumen bringen wir natürlich die Transportemissionen signifikant nach unten und wir reduzieren auch deutlich den Verpackungsmüll von Behältern an der Baustelle. Neben Neuware bieten wir den Contacline Compact auch in Sekundärrohstaub BQC, also unseren BQPlast eigenen Quality Compound an und auf Nachfrage und auf Wunsch können wir den Contacline Compact auch klimaneutral produzieren. Falls der Contacline Compact euer Interesse geweckt hat, schaut doch einfach mal auf unserer Homepage vorbei oder kontaktiert direkt das Team Intralogistik. Die Kontaktdaten könnt ihr ebenfalls der Homepage erneben.